Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Freitag. Ja, gestern hat alles sehr freundlich ausgesehen. Der DAX ist zeitweise in Richtung 14.600 Zähler unterwegs. Doch dann am Abend kam US-Notenbankchef Jerome Powell und hat die Märkte auf Talfahrt geschickt. Er hat gesagt, dass es bei der nächsten Zinsentscheidung höchstwahrscheinlich 50 Basispunkte nach oben gehen wird. Das Ganze wurde auch eben von seinen Kollegen bestätigt, bis auf James Bullard, der natürlich 75 Basispunkte für angemessen hält. Die Entscheidung oder diese Aussagen sind jetzt nicht überraschend gewesen, also zumindest mal für mich als Lein, weil die Notenbank was tun muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Doch er hat gesagt, dass es eben auch bei den weiteren Sitzungen auch wieder 50 Basispunkte sein könnten. Und das hat die Märkte offensichtlich so verunsichert, dass viele den Verkaufsknopf gedrückt haben. Und der DAX war dann 1% im Minus, die Nasdaq wieder deutlich mehr, ungefähr doppelt so stark im Minus. Und leider, dieser Bruch des Abwärtstrends, den wir auch hier sehen, der wird heute konterkariert. Das heißt, wir sind vorbörslich schon bei 14.3 etwa. Wir fallen wieder quasi in diesen Trend zurück. Die Marke, die heute so entscheidend ist, haben wir bei 14.320 Punkten definiert. Ja, das heißt, wir werden auch wieder unter die 50-Tage-Linie wahrscheinlich zurückfallen. Und damit sind wir wieder in dieser Range gefangen zwischen 14.5 und 14.000 Punkten. Wir schauen mal nach Frankfurt an die Tafel, da sehen wir es auch schon, minus 170 Zähler, so wie erwartet, minus 1,2%. Ja, wie wir schon sagten, es ist im Moment nicht Fisch, nicht Fleisch, der DAX relativ unentschieden. Auf der einen Seite, klar, die enormen Risiken, auf der anderen Seite eigentlich ganz gute Quartalszahlen. Der Beginn war nicht verkehrt, bis auf jetzt zum Beispiel Netflix, die natürlich katastrophale Zahlen oder beziehungsweise auch einen ganz schlechten Ausblick präsentiert haben. SAP heute Morgen, so lala, sage ich mal, starkes Cloud-Wachstum, aber eben die Marge nicht ganz so stark wie erwartet. Unterm Strich bleibt uns nichts anderes übrig, als im Moment abzuwarten. Und wir müssen, um ein neues Signal zu bekommen, entweder mal über diese 14.5 hinaus oder eben unter die 14.000 Punkte. Und das müssen wir abwarten und deswegen entlasse ich Sie ins Wochenende. Bleiben Sie gesund, bis Montag. Tschüss.